Um Markenbekanntheit und Absatz direkt in der Gastronomie zu steigern, setzt Jägermeister auf individuell gefertigte Fotokabinen der Agentur Aktionspotenzial. Wie auch hier im Ringlock Schuppen-Bielefeld. Insgesamt stellte Aktionspotenzial 16 Kabinen her. Für jedes Bundesland eine. Sowie eine zusätzliche für den Einsatz in China. Für die speziell angefertigten Fotokabinen übernahm Aktionspotenzial die technische Konzeption, den Bau und die Beklebung sowie die Programmierung einer individuellen Jägermeister-Software. Dank der wetterfesten Aluminium-Bauweise eignen sich die robusten Kabinen für den Indoor- und Outdoor-Einsatz, wie in Clubs und auf Festivals. Um langfristig maximale Bildqualität und Druckfrequenzen zu erreichen, setzt Aktionspotenzial ausschließlich auf hochwertige und bewährte Technikkomponenten. Dabei wird jede Technikeinheit vor der Übergabe an den Kunden auf Herz und Nieren geprüft. Eine technische Hotline während der Einsätze gewährleistet zusätzliche Sicherheit bei der Anwendung. Die modulare Bauweise der Kabinen garantiert einfaches Handling und bequemen Auf- und Abbau in wenigen Minuten. Das Herz der Kabine ist die ausgeklügelte Software. Um der Zielgruppe spielerisch die vielfältigen Mixvarianten mit Jägermeister näher zu bringen, wurde eine dynamische Fotomaske entwickelt. Per Touchscreen wählt der Teilnehmer seinen Jägermeistertyp aus und das entsprechende Mixrezept wird automatisch mit auf das Foto gedruckt. Dank individuellem Fotocode werden die Teilnehmer auf die Jägermeister-Facebook-Fanpage geleitet, wo sie ihr Foto runterladen können. Eine integrierte Online-Statistik bietet Jägermeister dabei vielfältige Möglichkeiten zum Auswerten. Daran skinnen wir's hier oben. Ja, hi, ich bin Jens Eigerling vom Jägermeister Promotion Team. Ich leite den Einsatz heute hier im Ring-Log-Schofen. Wir haben heute die Fotobox dabei von Jägermeister und es kommt perfekt an bei den Gästen. Also die nehmen das super an, da stehen Schlangen vor der Fotobox. Die genießen das, machen witzige, coole Fotos da und lachen sich nachher weg, wenn sie das mit nach Hause nehmen dürfen. Die Fotokabine ist im Moment sehr oft im Einsatz. Auch hier war sie schon mehrmals im Einsatz. Kommt wie gesagt sehr gut an, dass der Gastronom auch danach fragt, ob wir die Fotobox wieder mitbringen, weil die Gäste das echt erinnerungswürdig finden und auch den Gastronomen danach fragen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Pro Einsatztag werden bis zu 1000 Teilnehmerfotos ausgedruckt, von denen viele auf der Jägermeister-Facebook-Fanpage runtergeladen werden. Deutliche Absatzsteigerungen erfreuen dabei nicht nur Jägermeister, sondern auch die teilnehmenden Gastronomen. Sie suchen eine Individuallösung für Ihre Werbekampagne? Rufen Sie uns an. Aktionspotenzial berät Sie gern.